Servus, schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht's in den hohen Norden. Wir wollen uns mal anschauen, wer unser BFG-Jugend-Spitzenkandidat bei der Bezirksjugend- und Auszubildenvertretung in Nordbayern ist. Hallo, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Mein Name ist David Dietz. Ich bin 26 Jahre alt und arbeite im Finanzamt Aschaffenburg. Hier bin ich in einer AVST eingeteilt. Zudem bin ich der Vorsitzende der BFG-Bezirksjugend-Leitung in Nordbayern. David, warum hast du dich zur Wahl gestellt? Nachdem ich bereits in den Jahren 2016 bis 2019 die Aufgabe der stellvertretenden Vorsitzenden in der HRV und BRV innehaben durfte und danach zur Vorsitzenden der BRV Nordbayern gewählt wurde, möchte ich diese Aufgabe vor allem in dieser schwierigen Situation weiter begleiten, um mich mit aller Energie für die Anwärterinnen und Anwärter einzusetzen und bei Problemen zu unterstützen und zu helfen. Was wäre dir in der nächsten Amtszeit besonders wichtig? Ich möchte mich in der nächsten Amtszeit dafür einsetzen, dass die Auswirkungen der aktuellen Situation so gering wie irgendwie möglich ausfallen. Ich möchte erreichen, dass keine Nachteile für die Anwärterinnen und Anwärter entstehen und ein weiteres wichtiges Anliegen ist mir, dass die Kommunikation zwischen Anwärtern und Bildungseinrichtungen weiter verbessert wird. Und vor allem möchte ich auch in den nächsten zweieinhalb Jahren weiterhin immer ein offenes Ohr für die Anwärterinnen und Anwärter haben, mich um eure Probleme und Sorgen kümmern und mich dafür einsetzen, diese Probleme zu beseitigen. Warum engagierst du dich in der Jugendvertretung? In meiner Anwärterzeit fühlte ich mich oft uninformiert. Ich möchte, dass es euch nicht so geht. Außerdem bereitet es mir große Freude, mich für meine Kolleginnen und Kollegen einzusetzen und zu helfen, wo ich kann. Daher möchte ich euch bitten, gerade in dieser besonderen Zeit zu wählen und mir eure Stimme zu geben. Für euch alle wurde bereits die Briefwahl angeordnet. Ihr müsst also nur die euch zugeschickten Unterlagen ausfüllen und wieder zurückschicken. Macht das bitte alle, um uns wieder eine starke Stimme gegenüber der Verwaltung zu geben. Unterstützt mich und meine Kollegen mit eurer Stimme. Vor allem die Spitzenkandidatin der HRV, Nina Göster, den Spitzenkandidaten der BRV Süd, Tobias Ringelmann oder, falls ihr am LFF tätig seid, den Spitzenkandidaten der GRV, Sebastian Tessel. Für mehr Infos zu den anstehenden Wahlen besucht unsere Homepage unter www.personalratswahlen.bayern und folgt uns auf unseren Social Media Kanälen und installiert euch unsere BFG-App. Vielen Dank! Und noch ganz wichtig, für alle Anwärter und Anwärterinnen, die sich Corona-bedingt weder am Amt noch an den Schulen über die Personalratswahlen informieren können, hat die BFG einen Lieferservice für das Infopaket eingerichtet. Wenn du Anwärter und BFG-Mitglied bist, dann bekommst du das Paket automatisch zugeschickt. Wenn du Anwärter bist und kein BFG-Mitglied, dann fordere dir unbedingt deine Unterlagen kostenlos an. Unter www.finanzgewerkschaft.de Und gib bitte deinen Mitstudierenden und Lehrsaalfreunden Bescheid, sodass die auch ihr Paket anfordern können. Danke dir! Untertitelung des ZDF für funk, 2017